So, Feierabend haben die Jungs da verdient, das muss ich schon sagen, Heuer auch. Ja, Heuer, Lasslo auch. Alles gut, Heuer auch, sind alle schön geschafft, die sind alle schön fertig. Er hat sich richtig angenommen heute, ja logisch. Ja, so ist er, der Trainer hier, der macht das schon hier. Verkrankt man heute, Tobi auch, ja so ist er. Alles gut. Heute haben sie richtig gearbeitet, schön auf Zweikämpfe, das war geil. War richtig schön gemütlich. Was wir in der ersten Halbzeit nicht gehabt haben, das hat er heute Nacht geholt. Die sind alle schön satt. Ach, hier, jetzt geht das wieder los hier mit dem Dings. Heute will ich von sich nicht an, oh, war der Sonne auch hinter den Trainern hier. Alles gut, ja, bleib ruhig. So, wollen wir sehen, was kommt denn noch alles hier an, Jim? Ach, hier geht das ja noch weiter hier mit den Jungs. Oh, Julian, oh, hier hat er Dombi. Dombi, alles gut. Dombi, alles gut. So ist er. So ist er. So ist er, wollen wir sehen noch Robert. Robert macht hier wieder ein paar Interviews hier. So ist er. Alles gut. So ist er. Schluss, Jungs, alle wieder am Ball. Bis auf Ansiede, er war nicht dabei, sonst alles am Ball. So ist er, was da läuft. Aber heute haben sie richtig Gas gegeben, das muss ich schon sagen. Was wir so ein bisschen versorgen haben in der ersten Halbzeit in Heidenheim. Moin. Moin. Alles gut, eh? Wunderbar. Ich lasse unser Spanier gut.